Nein, noch nicht rein. Erst warten, bis die Fliegen da sind. Ach ja, ne? Warum nicht? Komm, Vögelchen. Mein Blatt. Pick ihm das Hirn aus. Der Tod. Der Tod oder die Empress? Tja, das ist natürlich jetzt die Frage. Ich nehme mal den Tod mit. Warte mal. So. So, meine Fliegen zerstören sich wieder an diesen Steindingern. Auch schön. Ach ja, schon wieder. Warum nicht? Warum nicht? Und ich kriege hier so viel Damage. Oh, Fate. Ich glaube es nicht. Das nützt uns zwar jetzt relativ wenig. Aber... Aber... Boah... Ist gut, ist gut, ist gut. Denn wir können ja auch schon fliegen. Bin ich hier sicher? So. Ähm... Was hätten... Ja... Das war alles geplant. Das war alles geplant. So. Haben wir hier rein. Ach ja, agreed. Oh. Äh. So. Ne, ne. Oh, der Flat Penny. Naja. Naja. Das Problem ist einfach, ich habe die Befürchtung, dass ich jetzt dann gleich mein weißes Herz verliere. Und das wäre schade. Jupp, da ist es weg. Weil der Kopf wieder so komisch rumgehüpft ist. Oh, man, oh, man, oh, man, oh, man. Ja, und genau an solchen Gegnern sehe ich wieder mal, dass wir nicht genug Schaden dabei haben. Denn normalerweise kann ich die mit dieser Taktik immer besiegen, wenn wir ein bisschen was an Schaden haben. So. Hätten wir jetzt hier alles. Okay. Ab zum Boss. Ach, wow. Mhm. Sehr interessant. Komm, spawn mal ein paar Bomben. Du könntest gerne hier im Bild bleiben, dass ich dich auch ein bisschen treffen kann. Aber, ja, ne, wenn du natürlich keinen Bock nicht hast. Och, hör doch mal auf. Ah, ich stell mich mal hier hin. Aua. Oh, einmal hier hin. So. Kennst du eigentlich den schon? Kannst du nicht, ne? Ha, 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 ha. So, ein Cube of Meat und ab nächste Ebene. Das Fate hat uns jetzt eigentlich gar nichts gebracht, wenn ich, wenn ich jetzt mal ehrlich bin. Wir konnten fliegen. Das weiße Herz haben wir verloren. Ja. Ne? So viel dazu. Zuerst mal alle einmal runterballern. Den Dicken vielleicht auch noch. So, da hätten wir zumindest schon mal einen. Fehlen noch drei. Oh. Geht doch. Und ich bekomme wieder mal eine Treubombe. So, Shop. Ach, ne, die Bibliothek. Äh, einmal so. Einmal so. Böse. Ganz böse. Ihr habt fliegen, ich habe auch fliegen. So. Aber die haben einen größeren Vorrat an Fliegen und das ist gemein. Mein Vorrat ist leider nur begrenzt. So. Weiter geht's. Ach, guck mal an. Job. Job, 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 job. Lasst ihr schmecken. Ah. So, das soll aber auch am Bomben reichen. Zwei Stück müssen genug sein. Äh, würdest du wohl gerne... Dankeschön. Ich wollte ihn gerade fragen, ob er denn nicht Lust hat, den Löffel abzugeben. Nö. So, was hätten wir denn hier? Der Skeletten-Key. Wirklich noch nötig? Ach, kommt. Oh Gott, da komme ich wieder nicht weg. Und das ist unschön. Oh. Nein. Ach ja, das sind die schnellen. Die von der ganz schnellen Truppe. Oh, einen hätten wir. So. Und noch zwei Bomben drauf. Ja, 99 Schlüssel. Bräuchten wir noch Guppies Tail. Hätten wir ausgesorgt mit Kisten. So, nächster Raum. Da, 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 da. Ja. So, dann hätten wir hier den Shop. Kompass. Äh, Seelenherz. Und die Karte möchte ich auch haben. The Magic. Ach komm. Wir haben genug. So, wie sieht es denn eigentlich mit dem Geheimraum aus? Könnte der vielleicht hier sein? Nein. Oder hier? Ja, den Flat Penny können wir eigentlich wieder ablegen. Moment mal, ich sollte vielleicht erst nach unten gehen, denn da ist normalerweise der Itemraum. Und ich hoffe mal auf ein Item, das wir auch brauchen können. So. Dann am besten mal hier rüber und hier rüber. Ihr dreht gern eure Runden. Ich weiß es ganz genau. So. Äh. So. Natürlich nicht vergessen mein Spacebar Item die ganze Zeit einzusetzen. Ist ja immer so ein kleiner Damage Burst am Anfang. Sag of Pennies. Ach kommt. Soll das Feuer Feuer sein. Ähm. Dann werden wir mal noch hier nach oben gucken. Aua. Scheiße. Ey. Wieso fliegen die Dinger nicht gerade? Ah. Das machen die mit Absicht. Ich weiß es ganz genau. Ja. Hat sich mal nicht gelohnt. Ähm. Ja. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Boss. Äh. Au, 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 au. Das tut so weh. Äh. Da lag doch noch ein Herz, oder? Das kann ich mir gleich mal mitnehmen. Paar Eve. Eve ist echt so anstrengend. Was hat mich eigentlich heute geritten, dass ich Eve ge... Oh, Steven, Damage ab. Dass ich hier, ähm, Eve genommen habe. Ja. Es gibt doch bessere Charaktere, aber, ja. Äh. Irgendwie passt das heute nicht. Ähm, ähm, ähm. Ja, ist gut. Da stören wir mal eine ganze Deckung. Sie möchte nicht. Boah, erst halbes Life weg. Aua. Aua. Lass das. Ja, komm schon. Isaac. Au, einen Halbherzen noch. Komm. Geh jetzt endlich drauf. Ein Herz noch. Ah. So, wir nehmen uns das halbe Herz mit. Nehmen uns das Health Upgrade mit und gehen in die nächste Ebene. Und wir, wir, ja. Ich habe irgendwie so ein ungutes Gefühl mit Eve. Ähm. Gleich mal Richtung Boss. Da, 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 da. Wo? Hm, hm, hm. Ich bleibe einfach mal hier stehen. Kann ja nicht verkehrt sein. Boah. Gott, 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 Gott. Der war schon wieder knapp. Wow, 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 wow. Gar nicht schön. Sowas von gar nicht schön. Da waren es nämlich nur noch zwei Herzen. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob das der richtige Weg ist. I don't know. Böses Laser-Auge. Ja, der Burnt Penny. Gibt's halt, äh, ab jetzt Bomben. Äh, Bomben. Ja, doch, Bomben. Und ein Herz. Jetzt, jetzt nur keins verlieren. Wow. Ich nehme mir sogar das Item mit. Denn Bomben haben wir eigentlich mehr als genug. So. Schummeltaktik. Keine Lust nicht drauf. Ich bleibe hier einfach auf dem Stein stehen. und knöpfe mir hier einen nach dem anderen vor. Na, komm mal hoch. Sie wollen nicht. Sie wollen nicht. Ah. So, da war jetzt nur noch der. Okay. Ohne eure Bläschen seid ihr wohl gar nichts. So. Ab zum Boss. Oh, nee. Nicht der Tod. Äh, so. Aktivieren. Oh, komm schon. Du könntest die Sensen mal Sensen sein lassen. Die braucht kein Mensch. So. So. Unten. Oben. Mitte. Und, ne. Oben. Mitte. Unten. Oben. Mitte. Unten. Oben. So, das mitnehmen, was hätten wir denn hier? Das Relic. Okay, ich bin ja immer noch gespannt, wann wir mal Sacred Heart bekommen. Ich bin ja immer noch so der Meinung, dass die mir das Item irgendwie aus meinem privaten oder persönlichen The Binding of Isaac rausgepatcht haben. Denn so selten bzw. so lange, wie ich das schon nicht mehr hatte bzw. wenn man mal überlegt, wie viele Stunden ich schon gespielt habe und wie oft ich das Item bekommen habe, dann ist das hier schon ein bisschen deprimierend. Ich sage jetzt wirklich schon deprimierend. So, komm, geh sterben, Hirn. Dankeschön. Okay. Vielleicht kann ich hier so ein paar Herzen mit, mit, mit einsammeln. Ach ja. Dankeschön. Skatow. Na komm. Die Kohle nützt mir sonst eh nix mehr. Da haben wir ein halbes Herz. Das ist schön. Noch ein halbes Herz. Schlüssel, ja. Schlüssel haben wir sehr, sehr nötig. So ein, zwei Herzen wären nicht schlecht. Dann könnte ich nämlich auch vielleicht noch so ein bisschen am Blutspendeautomaten zocken. Münzen, wow. Haben wir hier eigentlich irgendwas? Da. Woaaa. Boah. Boah. Ja. Joa. Boah. Boah. Das ist Pfui. Das ist richtiges, großes Pfui. So, bleibt einfach da. Geht sterben. Hat sich Skatoul schon bezahlt gemacht. Der hätte nicht mehr sein müssen. So. It lives. Hi Mom. Na? Heute mal wieder in Feierlaune. Oh, da ist ja... Da ist ein Extremo-Auge. Aua. Oh, doch nicht Monstro. Der dauert wieder so lang. Oh, komm schon. Bleh. So. So. Spielen wir eben ein bisschen mit unseren Bomben. Ja, bei Monstro. Ein bisschen unnötig. Und man kann ja vorher nie wissen, was da für ein Gegner kommt. Ja, ist schon gut. Ist schon gut. Mein kleiner Freund. Möge er sterben. So. Geht doch. Nochmal. Nochmal. Wieder mal ein Dukiger Fly. Dukiger Fly. Eine Dukige Fly. So. Mom, könntest du bitte mal da bleiben? Dankeschön. Aua. Ja, da konnte ich mal wieder nicht ausweichen. Dann entweder Bombe oder hier. Job. So. Ich bleibe jetzt einfach mal auf Mom drauf. Wenn ich den darf. Seitenwechsel. Stirb Mom. Und ich soll jetzt wirklich mit zweieinhalb Herzen in die Cathedral gehen. Na dann Prost Mahlzeit. Ich sage voraus, wir kommen nicht wirklich weit. So, hier hätten wir schon mal einen Raum, der mir gar nicht gefallen mag. Da, 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 da. Genauso hässlich. Noch viel hässlicher. Ja, genau deswegen. Noch viel, viel hässlicher. Ja. Ah, nicht mal die Taktik mit durchspringen. Aber das ist eben Yves. Ah, Gott. Ja. Dann würde ich sagen, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac.